La Gomera erzählt die Geschichte eines korrupten rumänischen Polizisten, der auf der titelgebenden Insel im Auftrag eines Verbrecherkartells die Pfeifsprache Silbo Gomero lernt und dabei immer tiefer im kriminellen Sumpf versinkt. Das Resultat ist ein atmosphärischer, kurzweiliger, bisweilen gar spannender Thriller, bei welchem ich allerdings auch nach längerem Nachdenken keinen Schimmer habe, warum er 2019 im Wettbewerb in Cannes lief. Untertitelung des ZDF, 2020